Morgen, hallo und herzlich willkommen Ladies. So, heute wollen wir uns mal meinen Fortschritt in Tarkov angucken, weil ihr auf YouTube ja immer eigentlich nur Videos seht, wo ich noch Level 23 oder so bin und vielleicht der Eindruck entstehen könnte, also, ey, der Typ kommt nach sechs Wochen Tarkov-Vibe jetzt nicht aus dem Knick, ist eigentlich so nicht der Fall, ich bin kurz, was heißt kurz, 90.000 fehlen noch, also Richtung Level 42 sind wir unterwegs, wenn wir schon mal hier sind bei den Skills, jetzt können wir auch gleich mal ein bisschen gucken, Endurance 14, Stärke 25, Gesundheit 20, Vitalität auf sechs, Stressresistenz auf sechs, Metabolismus, wie soll das anders sein bei mir, Fresssack ist Elite-Level, ja, dann haben wir noch die anderen Sachen, Perception 15, was haben wir noch schönes, Recoil-Control auf Level 8, fast Level 9, Covered-Movement 9, Mech-Drills fast Level 4, Search-Experience auf 10, ja, Waffen repariert habe ich noch nicht, Hideout-Management auf Level 9, Kräften auf Level 2, gut, kommen wir zum Stash, sieht aus wie im Schweinestall bei mir, man kennt es nicht anders, achso, geldtechnisch knapp 21 Millionen, hab ein bisschen verloren wieder in letzter Zeit, Ja, ansonsten, ja, Kraut und Rüben, auch in den Munitionskisten sieht es aus wie Kraut und Rüben, ein paar Waffen liegen hier rum, ein paar Ricks, ein paar Bodyarmors, Amors, Nachtsichtgeräte, ja, hier ein bisschen Sachen, die man braucht zum Kräften, gut, ansonsten war es das eigentlich, Nach so 10 Laps-Cards, die ich dann auch langsam mal anfange runterzuspielen, was haben wir noch, Skills haben wir, Overall sehen wir aktuell 3031 Stunden, ist jetzt nicht so schlecht, ist aber auch nicht so gut, manche haben schon wesentlich mehr, Aktuellen Vibe 431 Rates, 5 Franz Roos, 49% Survival Rate, survived in a row 11 Mal, ohne zu sterben, Eine KT von 3,64, insgesamt 770 Kills fast, zweimal verloren gegangen, und was, durchschnittliche Lebensdauer 1 Minute 58? Kann ich mir gar nicht vorstellen, also müsste ich ja praktisch permanent tot in der Ecke liegen, weiß ich nicht, das stimmt, keine Ahnung. So, dann nochmal kurz, fatale Hits, 769, das sieht fast aus wie Kills, als hätte ich jeden mit einem fatalen Hit gekillt, Möglich, weiß ich nicht, keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Skefs, 635, PMCs insgesamt 126, ist für meine Verhältnisse gar nicht so schlecht, jetzt so nach 6 Wochen, Sonst hatte ich immer am Ende des Vibes, falls ich es bis zum Ende des Vibes geschafft habe, aber so nach 3, 4 Monaten, meistens so um die 250, 260 Kills, da sind wir jetzt schon mal gut unterwegs. Ich gehe ja auch nicht so direkt ins PvP, ich versuche mehr oder weniger meine Quests über die Bühne zu bringen, und das sind halt dann meistens Kollateralschäden. Bosse habe ich 8 gekillt, habe mir sagen lassen, dass die Rogues ja auch als Bosse zählen, weil persönlich habe ich noch nie einen Boss gesehen, kommen wir später gleich noch dazu bei den Quests. Ja, so, das war es eigentlich so ein bisschen zu den Statistiken, kurzer Blick ins Hideout. Hier alles soweit gebaut und auf Maximalstufe, bin noch am überlegen, ob ich das Gaffgase noch baue. Die Bitcoin-Farm weiß ich nicht, ob die sich wirklich lohnt, kann es so nicht bestätigen. Du brauchst, glaube ich, 15 Grafikkarten, um einen Bitcoin am Tag zu produzieren. Und jetzt kommen wir zu meinem Stief- und Sorgenkind, Intelligence Center, ich habe es auf Stufe 2. Und ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Denn wenn ich ins Wiki gucke, sehe ich dort wesentlich mehr Dinge, die ich produzieren könnte. Klar, es fehlen Zutaten sozusagen, aber das ist ja egal. Du kriegst ja in den anderen Produktionsstätten, nenne ich es mal, auch Sachen aufgezeigt, die du bauen kannst, obwohl du die Zutaten noch nicht hast. In dem Fall wäre es halt unter anderem vom Lightkeeper, kriegst du halt so Handbücher noch, die du brauchst oder andere Teile. Aber das tut ja der Sache an sich keinen Abbruch. Und wie gesagt, hey, du kannst hier ungefähr 10 verschiedene Sachen bauen, sage ich mal jetzt über 8. Keine Ahnung, will mich jetzt nicht festlegen, habe ich jetzt auch nicht direkt die Zahlen im Kopf mehr. Jedenfalls ist das hier enttäuschend und es kann es doch eigentlich nicht gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man auf Stufe 3 dann schlagartig plötzlich 10 oder 12 weitere Sachen produzieren kann. So, und da kommen wir auch schon zu den Aufgaben. Punisher Part 6, okay, 15 PMCs mit der SVD, ist machbar. Grenadier, gebe ich auf, ich mach das nicht gezielt und hab da auch keinen Nerv dafür. Mit den Granaten bin ich nicht, Berdu, keine Ahnung. Meine Granaten zerreißen nie irgendwas. Höchstens mich selbst. Perfect Mediator, das ist ein Selbstläufer sozusagen. Mit dem Skier will ich dann noch Euros tauschen für Peacekeeper. Da hab ich den dann auch auf 4 und Ragman dann ab Stufe 42. Ist also die Quest in greifbarer Nähe. No Place for Renegades. Ja, hier fehlen mir noch 3 Raiders. Ist eigentlich auch machbar, sage ich mal. Da hab ich jetzt nicht meinen Schwerpunkt drauf gelegt. Erstmal was anderes abgehakt. Hier noch 14, ja, Scavs. Auf dem Areal der Wasseraufbereitungsanlage. Es ist noch 9 Sniper auf den Dächern auf Streets. Hab ich letzte Woche meinen ersten Sniper gesehen und getötet. Ich hab bis dahin noch nie Sniper irgendwie gesehen auf den Dächern. Doch, zweimal schon. Einmal wurde ich von einem beschossen und bin abgehauen. Und einmal hab ich einen umgelegt. So, aber ich glaube, Streets hatte doch relativ viele Quests. Und dafür, dass ich dann relativ viel auf Streets unterwegs war, war, ist das schon eine Herausforderung scheinbar für mich. So, Therapist, Showstopper, Latex, finde ich einfach nicht. Kannst auch nicht mehr produzieren. Man könnte es theoretisch produzieren, wenn man vom Lightkeeper die Quest bekommt und die Quest erledigt und abgibt. Dann kannst du auch im Hideout das Latex produzieren. Die Quest konnte die Alte sich schon immer in die Haare schmieren. Die kriegt sie von mir einfach nicht, selbst wenn ich das Zeug hätte. So eine Daily. Brauchen wir uns nicht anschauen. Fans auch nicht. Ja, hier hab ich auch noch nie, dem hab ich auch noch nie die eine Million Rubel gegeben. Für was auch immer. Muss ja im Ruf jetzt nicht mehr. Ist mir eigentlich egal. Kriegst ja sonst nichts weiter. Seinen Kaliber. Ja, mir fehlen mir noch sechs PMCs. Das ist machbar sozusagen. Auf Factory geht das Ruggi Zuggi. Wenn man nicht wie letzten Donnerstag permanent in jedem Factory-Rate vier oder fünf Stück hab ich gemacht, dann hab ich es sein lassen. Das war einfach, es war nur, ich bin rein, war tot. Also ich so schnell konnte ich gar nicht gucken, da war der Ofen aus. Naja, gut. Und noch 13 Skeps. Ist machbare Quest. Hausarrest ist irgendwie nicht machbare Quest, weil mir der beschissene Schlüssel fehlt. Und du kannst ihn einfach nicht kaufen. Wir können mal gucken, vielleicht ist er jetzt kaufbar. Ich weiß es nicht. So, ich glaub's auch nicht. Ja, kannst du nicht kaufen im Mist. Einmal war ein Schlüssel drin für sechs Millionen. Ich werde den Teufel tun, einen Schlüssel für sechs Millionen zu kaufen, wenn ich nicht mal weiß, ob im Ansatz der Schlüssel sich wieder bezahlt macht und ich das Zeug raushole. Also, das Ding hat 40 Aufladungen. Sagen wir mal, angenommen, du findest in dieser Kammer Loot für 200.000 Rubel. Dann musst du diese 200.000 Rubel ja erstmal rausbringen. So, das musst du fünfmal machen. Dann hast du eine Million. Du musst das also 30 Mal machen, um 200.000 jeweils rauszuschleppen, um diese sechs Millionen wieder reinzukriegen. Das heißt, es müssen 30 Mal die Rates für dich gut ausgehen. Du musst als erstes im Raum sein. Du musst da das Zeug rausschleppen. Du musst heil aus dem Raid rauskommen und das 30 Mal mit einem Schlüssel, der 40 Aufladungen hat. Oder? Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ich gehe mal davon aus, 40 Aufladungen. Nein, 20. 20 sogar nur. Okay, damit machen sich die sechs Millionen ja überhaupt nicht bezahlt. Das Ganze mache ich nie. Nie, kann es abhaken. Egal. Für die Quest. Ne, selbst für die Quest ist es mir das nicht wert. So, wo war man jetzt? Ausarrest. Genau. So, und hier haben wir noch eine Daily. Ne, eine Weekly. Peacekeeper, Mentor. Ja, das ist das, was ich erzählt habe, wo ich bei Skier dann noch die Euros tausche und damit Skier auf Maximalstufe bringe und hier die 50.000 Euro bezahle. Kann man machen. Ne, muss ich sogar machen, wegen dem Sniper-Level. Bad Shop Part 6. Genau, dafür braucht man oben Erwähntes. Land Lease Part 2. Ja, sind wir wieder beim Thema Intelligence Center. Ich kann es einfach nicht herstellen. Finden tue ich es auch nicht. Counter Action. Ja, ist wieder so ein langwieriges Projekt, was nebenbei passieren sollte. Fehlen mir noch 15 Bärs. Worst Job in the World. Habe ich mich ein bisschen schon vorbereitet mit einer ADAR. Ja, darfst du bloß drei spezielle Waffen benutzen. Ich glaube eine M4, eine ADAR und eine MX-15 oder TX-15. Ich weiß es nicht genau. TX-15 heißt sie, glaube ich. Muss ich mal gucken. Habe ich im Stash rumkollern. Und das auf 100 Meter und das 30 Skeps. Ja, nun finde mal Skeps auf 100 Meter. Es ist irgendwie... Habe ich auch schon wieder keine richtige Lust dazu. So. Mechanic. Okay, das ist machbar. Shooter Born in Heaven. Wollte ich eigentlich in diesem Vibe mal machen. Es ist so dumm, weil ihr erinnert euch, wir hatten irgendwann mal plus vier Maps. Woods. Customs. Interchange war noch dabei. Und Reserve und Shoreline. Waren es fünf? Ich weiß es nicht. Jedenfalls war irgendwann mal Interchange dabei. Und am Anfang hatten wir, glaube ich, bloß vier Maps, oder? Wo man es machen musste. Jetzt sind es sechs. Ich habe mich immer geweigert, das zu machen auf den vier Maps. Und jetzt, wo wir endlich sechs Maps haben, da will ich es machen. Keine Ahnung, was mit mir nicht stimmt. Und das auch noch auf 125 Meter und nicht mehr auf 100 Meter. So Import. auch wieder auch wieder intelligence vpx-flash-storage-Modul könnte ich bekommen durch eine Quest. Kommen wir gleich dazu. Aber ich hätte es halt gern auch hergestellt und nicht einfach bloß jetzt mich wieder... Na ja. So. Ragman. Hier. Geile Quest. Ich hatte... Bin etwas enttäuscht, muss ich sagen. Ich dachte, es gibt Arbeit für den ganzen Tag. Also ist auch wieder... Kann ich mich dann wieder anderen Quests widmen, wenn ich das hier abgehakt habe. Auch witzig. Ich habe diesen Typen noch nicht einmal gesehen. Und auf Interchange war ich auch schon reichlich. Also so oft, dass ich ihn eigentlich hätte mal sehen müssen irgendwie. Jäger. Er hat einen ganzen Arsch voll Aufgaben für mich. So hier... Ja, das erzwinge ich nicht. Das passiert nebenbei. Ist auch schon mal nebenbei passiert. Was haben wir hier? Okay, jetzt geht's los. Takila und seine Kappe abholen. Reshala und seine goldene Pistole abholen. Gut hier zwei PMCs erschießen, während sie geblendet sind. Killer töten und sein Face Shield seinen Helm abholen und Sturmen töten und seinen Stashkey abholen. Und hier haben wir auch das VPX Flash Storage Modul, was ich gut gebrauchen könnte für die Quest von Mechanic. fünf PMCs in Customs erschießen, ist okay. Clue Car erschießen, Sanitar erschießen, 25 mal Sturmann erschießen, zehn Rouges erschießen, ist eigentlich okay. So 45 Meter mindestens, also über 45 Meter mit der Action Bolt Waffe VPO oder Mosin fünf Spieler erschießen und jetzt geil. Töte auf eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Maps jeweils zehn Scavs mit der Axt oder mit irgendwas anderen, mit einem Messer, Machete oder was auch immer, also mit einer Mili-Waffe. Zehn Scavs, Alter. Und das bei den Scavs, so wie wir sie haben in diesem Vibe, habe ich so ein bisschen so meine Zweifel. Auf Factory könnte ich es mir eventuell noch vorstellen. Alle anderen, es ist ja manchmal so, dass die dich erschießen, dass du, du siehst die ja noch nicht mal, Alter, wie willst du denn da mit der Axt rankommen? Junge, geht's denn noch? Ja, gut, dann war's das von mir. So wisst ihr Bescheid, Level, warten wir, es war, ja, fast 42, es dreht sich also was. Es ist nicht so, dass ich halt sechs Wochen lang mich nur auf Stufe 23 da drum prügle, es geht also voran ein bisschen. Für meine Verhältnisse eigentlich gar nicht so schlecht, es ist auch der Vibe, wo ich am schnellsten vorangekommen bin bisher, also es ist, ja, man steigert sich ja eh von Vibe zu Vibe immer ein bisschen mehr, aber, ähm, hier war ich schon rucki zucki Level 40 und wie gesagt, jetzt kommen so die Quests, wo du halt auch viel abhängig bist. Also die kamen schon immer zwischendurch, aber jetzt sind sie halt extrem, habe ich so das Gefühl, weil gerade dann 30 Scavs auf 100 Meter, die müssen auf 100 Meter erschossen werden, die müssen erstmal da sein. Wenn sie da sind, darf es auch kein anderer erschossen haben sozusagen, so dann sind sie wieder nicht da, aber, ähm, solche Sachen, oder auf Longroad, ja, die Scavs, die 15 Scavs auf Longroad war auch diesem Vibe für mich eine echte Qual, weil die Typen einfach nicht da waren. Gut, ähm, ich danke euch fürs Reinschauen, wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns in Parkhof. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.